Okay, dann weiter geht's mit Final Fantasy VII Rebirth. Sagt mal alle Hi YouTube, damit die sich nicht so alleine fühlen, zumindest alle, die da sind. Und weiter geht's mit Zack, der nach Biggs sucht. Mal schauen, ob wir ihn finden. Ich seh schon, sie liest Fanforen und schaut so ein bisschen rein, was die Theory Crafter so sagen. Kann es sein, dass die Skybox nicht mehr so gut ist, wie sie mal in Final Fantasy VII Remake war? Regressierten wir mit der Grafik einfach zurück auf die PS4? Weil irgendwie sieht das nicht gut aus. Ich bin sorry, aber ich weiß nicht, wer das ist. Komm, check out unsere Clearance Sale! Our way of saying... My fiancée died in this... Hey there, have you seen anyone who looks like this? Can't say I have. The radiation has no effect whatsoever on the human body and is completely harmless. Additionally, Director Heidegger of Public Security has this to say in regards to the glowing fear that the planet's demise is imminent. We're doing everything in our power to determine the nature of this Rift. Disregard any faceless speculation. Tune in the day after tomorrow for our interview with the President. Where we'll discuss the recent tornado. As well as his plans to combat the Rift. Let's make it our best yet. Sehr mysteriös, was hier einfach abgeht. So... What do you think is gonna happen to our baby? These days... Every time I sleep... I dream about all the things... We may not know what's gonna happen to be great for four. Hey! Take one of us next! What? Know this guy? Never seen him. Shit! Think that's Avalanche? Could be. You should have said something similar. Hey! Take one of us next! So... What do you think is gonna happen to our baby? Was there an accident? That's gotta be Avalanche. That was the church. Is it true? There was a... Who was that? Oh damn! Das ist die Kirche? Oh nein! Oh ha! Is that... There's our man. Ah! Pardon me! So where are we bound this fine day? South. Far south. Then what's there? Now corral that's what. Now step on it! Very well! South it is! Hold on to your hats! No! Oh! Oh! Hey! Robocat! You act all buddy-buddy, but we don't know a thing about you! Let's fix that! There's not much to know! I'm a nine-to-five nobody at a small Shinra subsidiary. Another paper-shuffling, copy-pasting-forwarder of emails! Another Shinra lap dog! Lap cat! My mistake! But you lot are special! Luckily special! Never met a special group of people in all my life! How could I not tag along? How could I not tag along? Ha ha ha! Bullshit! Come now! This is a road trip! We should be bonding! Not fighting! Barret! Promise me! You won't take down Scarlet! Unless I'm there with you! Alright! I promise! If you don't give up the ghost right here and now that is! I won't let some stupid guard get the better of me! Not before I punch that witch right in the mouth! Oh! That's it! I can't! Wait! Just-just wait! We'll find somewhere to- Fall over! She's about to pop! Wait! Lassie! Not in the buggy! Not in the buggy! Ha ha ha! Aww! Feeling any better? Ugh! Leave me! Where to now? We don't have any leads! And driving in circles, hoping to spot a black robe is- The worst idea ever! When you don't know where life's leading, you should get yourself a reading! Oh! Uh! Uh! Yeah! 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 Your lucky food is mushrooms. Uhm! Mushrooms, eh? Mushrooms! Wait! Barrett, you mentioned something earlier about the Corral Reactor, did you not? You saw a weapon there, right? Yeah, but I don't recall telling you. Oh! It might interest you to know that just a wee drive from here, there's another rundown reactor. Reactor? Beteria! Okay, I'm good. Everybody back in the car. Let's go, go, go! Well, couldn't hurt to check it out, I guess. My, just a wee drive from here, so it is. Shall we? Why not? Oh, Cloud, mind taking the wheel? Alright, lower it south through the sands till we start seeing green. We'll be pulling up outside that reactor before you can see Mako. Yo, los geht's. The best boy joined. Oh, nice. Let's go. Okay, wir können nochmal zum Gold Saucer zurück. So, what was up with that lucky food fortune? I mean, why mushrooms? Well, this reactor's smack banged in the middle of a place famous for. That, you guessed it, the world's basic fun guy. Ooh. Mushrooms grow near a reactor. Then I'll pass, thanks. Alright, folks. Keep those eyes peeled. He peeled for what? For a jungle. That's what? The reactor's nestled deep in the heart of one. And that's the case. I think we're still a long ways off. In this handle of jungle? Well, we'll soon find out, won't we? Warte, sind wir jetzt nicht hier auf der Dings-Map, wo wir tatsächlich den ganzen anderen Shit noch machen können? Was ich prinzipiell eigentlich ganz cool fände? Okay, nice. Los geht's. Ich will zumindest die Johnny-Quest abgeben, damit dieses Ausrufezeichen da oben verschwindet. Okay. Wie komme ich hier raus? Ach ja, mit R1, okay. Don't overdo it. Let me in here. Now it's a... Suck on it! Give him hell! Ready? It's on now! Let's do this. You had your chance. Okay, shit. Cool. Yes, voll cool Ich kann aber nicht glauben, dass das hier jetzt so mega lange dauern sollte Geigen, Geigen, Geigen... Ta-da! Ouh. Okay, ich glaube, das wird doch länger dauern. Zumindest wenn der Proto-Materia-Kram wieder halt so super mega ätzend wird. Oh, wir können nicht Kate Swift daten. Super sad. Ich will das nicht mitnehmen, aber ich muss. I don't want to, but I can't afford not to. Ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Keine Beziehung zu Robotern. Nier-Automata-Fans in Shambles. Kann ich da einfach runterfahren? Schade. Kann ich da einfach runter springen? Okay. Alle in der Hauptgruppe Außer dem Katzen-Dude Tadah Die hauen einfach ohne mich ab. Die hauen einfach ohne mich ab. Oh, das ist mehr. Okay. Aufregend. Aber hier ist auch Stuff. Ich habe gelernt, diese Schatztruhen zu öffnen, ist tatsächlich gar keine so schlechte Idee, weil da teilweise schon echt gute Sachen drin sind. Und es ist eine Trophy, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Schade, dass ich hier keinen Choco berufen kann. Hmm. 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 Uh, der Kaktor hat ne Blume auf dem Kopf. Hä, was ist denn der andere, Dude? Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Donner, focus for you. It's on you. All right. Watch and learn. Ah, yuh. Ah. Want the ball? Dammit! Get your ass out of here. Ah! 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 Fire and one off! Whoa! Ha! Beat your fuck! Ah! Ah! Oh, god. Ah, pizza. Ja! 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 Ich bin nicht weggekommen! Du willst noch mehr? Ja! 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 Ich hätte ihn halt nach der zweiten Nachricht schon gebannt, aber ich wollte wissen, was ihr tut. Ja! 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 dann per Google-Übersetzer übersetzte oder so. Irgendwie sowas. Es ist so crazy, dass du theoretisch einfach in dieses Gefängnisgebiet da unten rennen kannst und dann zum Gold-Saucer hoch stane ich ein bisschen. Finde ich gut. Das muss die Sandstorm. Ich habe die Sandstorm. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Oh! Say! Ha! A ridiculous name! Unworthy of my treasure! What you name's covet is none other than a prize in my resplendent arsenal! The get- Uh-oh. Oh! This form! I can hold it all over! Oh! Oh! Oh no! Down I go! So what was that? Damn! Oh! Thank goodness I finally got through! Are you alright? I'm fine. But what the hell was that just now? I'm investigating the matter as we speak. In my initial analysis of the sand entity I detected a protorelic like signal. I'm unsure how they're connected, but I fear we might be after the same thing. Of course we are. There's no telling where it might appear next. Please, be careful. Alles nur, weil ich dem kleinen Dude hier folgte. Alles nur, weil ich dem kleinen Dude hier folgte. Aber guck mal, wie weiß er ist! So hübsch! So hübsch! Da kann man sich schon mal hinsetzen. Apropos Kissen benutzen. Ich könnte mal Kissen benutzen. Ich könnte mal ein paar neue machen. Hier. Hier. Huh. Nein! Cool! Ja! Ah! hier fehlt noch voll viel Den können wir noch machen Tut ja nun auch nicht weh Alles was ich möchte ist, dass der Dude einfach endlich zwei Substanz-Dinger mehr bekommt Ne, nicht Substanz-Dinger Zwei Materia-Dinger Das wär cool Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da drin hatte Aber ich glaube, es war wichtig Ey, keine Ahnung Ich weiß nur, dass es eigentlich was kannte Äh, konnte, aber Hm Äh Okay Ne, warte, bevor Wir weitergehen Wir haben ja noch das Ding hier Ja Ich glaube nicht, dass wir in den Glauben können. Wow. Commencing scan. Ich glaube, ich habe ein Match. Die Symbols sind die gefunden in den Book of Kings. An ancient tome. Allow me to translate. Hm, interessant. Well then, in order to unlock this door, you'll need to locate a cactuar rock hidden somewhere in the desert. What kind of rock? A mineral deposit named for its distinct cactuar shape. Now that Cloud has made contact with this door, the rock we seek should be marked by a green look. By the way, do you happen to see a cactuar-shaped statue anywhere nearby? Hm. Oh! That's it! That statue should guide you to the rock I spoke of, which in turn serves as the key to the door. So we must prove ourselves worthy. I know you can do it. Oh Gott, es ist wie ein Shadow of the Colossus. Okay, irgendwo da drüben. Kann ich da rein? Scheinbar schon. Okay. Okay. Kann ich hier hoch? Nope. Schade. Ich will nicht dem Buggy seine sinnvolle Position abstreiten, aber, äh... So ein Chocobo ist hier leider ein bisschen sinnvoller, habe ich das Gefühl. Wir sehen, wir sehen, wie das hier ist. Hier ist doch wohl ein Bléver, wo doch ihr liegt. Schade. Das sei, bisschen Gasparabonis. Spereikust mir ja sie look洩 gaspис. Das ist doch erscheinbar... Nina. ... Ja, aber der Buggy braucht immer drei Jahre, um anzuhalten und dann brauchen sie nochmal ewig, um da auszusteigen. Und das ist halt, so oft wie du halt für die Dinger hier ein- und aussteigen musst, lohnt sich das halt so gar nicht mit dem rumzufahren. Halt, ich wette, wenn ich jetzt im Buggy sitze, kann ich nicht mit dem Kaktor checken, wo ich hin muss. Shit, es geht doch. Okay, based. Ich hab nichts gesagt. Ich muss anscheinend irgendwie da hoch. Ich frag es nur wie. Da kam ich hoch, okay. Ich versuche mein bestes Ding klein, nicht über den Haufen zu fahren, aber ich kann nichts versprechen. Hey, Clarissa. Und da fährt er selber in die Wand und verschwindet. Woher geht es? Woher geht es? Ja, Ristro. Diese Kaktoren sind leider echt... ...richtig gefährlich, Mann. Okay, er sollte ja hier irgendwo sein. Mhm. Okay, I don't care. Ach, da. Crazy. ooooh Okay, it's sick Es ist auf dich! All set! Aha! Go for it! Hier geht's. Oh, shit! Um... Was machst du? What are you doing? I'm not... doing... anything! Oh, man! That was hilarious! Hey, do you think there are any more of these amazing rocks out there? Your pliability is most impressive. Whatever. Let's go! Wo kann ich da einfach fasttraveln? Das geht, glaube ich, schneller, als wenn ich da jetzt irgendwie super ewig lange zurückfahre. Oh, ich will nicht mit dem Buggy rumfahren! Gib mir ein Chocobo! Come on! Game, come on! Hmm... ... 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 Das ist ein crazy Regenbogen-Kaktor. Warte. Warte, 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 warte! Warte, 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 w Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, Silly. Ah, guck mal, bei dem können wir es nochmal probieren. Swoop. Cute. Ich mag es, dass sie den Charaktoren doch so eine größere Rolle hier gegeben haben. Das ist cool. Nachdem sie halt in... Ich weiß nicht mehr, wie sie in 12 dastanden, aber halt in 15 gab es die ja quasi auch nur, wenn du Glück hattest. 16 hatte die ja gar nicht, glaube ich. Daher finde ich es schön, dass sie hier wieder da sind. Das macht mich glücklich. Junge, das ist so... Das ist so crazy so, dass einfach jetzt so ein Titan-Dude da hinten rumrennt. Wenn du Final Fantasy und Xenoblade magst, solltest du unbedingt Xenogears spielen. Das ist alt und ein bisschen crappy, aber die Story ist insane. Und es ist halt von dem Dude, der Xenoblade gemacht hat. Von daher lohnt sich das. Buggy rufen. Let's go. Bei dem weiten Weg. Da lohnt es sich vielleicht doch. Plus, er auto-collectet einfach alles, was hier drin steht. Von daher, das finde ich cool. Muss ich in die Höhle? Ich glaube, ich muss in die Höhle. Ups. Warte. Das war falsch. Hä? Wo bin ich denn nochmal hin? Ah, warte. Ich muss nach hier. Idiot. Get ready. Gotcha. Floppy. 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 Vor allem muss ich Xenoblade irgendwann auch echt nochmal spielen. Floppy. Das war so cool. Das war so cool einfach. Ah, und hier kommen wir jetzt nach Chorell zurück. Okay, okay, das ist cool. Okay, okay, dann haben wir hier noch einen Turm, der vielleicht da oben steht. Das heißt, es macht, glaube ich, Sinn, einfach da zu wappen. Oh, Xenosaga auch. So viel muss ich eigentlich noch spielen für euch. Ich habe gar keine Zeit für. So viel zu tun. So viel zu tun. So little Zeit. Oh, oh, oh. Das habe ich irgendwie erwartet, dass das passiert. Bro, ich bin voll ausgewichen. Der war halt nicht mal in der Nähe von mir. Oh, oh, oh. Das sind halt so Spiele, die ich spielen könnte, wenn ich einfach so 10.000 Euro auf Patreon jeden Monat kriegen würde. Damit ich halt sagen kann, okay, ich habe einfach Grundsicherung, wo ich mir keine Sorgen um irgendwas machen muss. Das heißt, ich kann mit Zeit nehmen, die Dinger durchzuspielen, dann ein Video dazu zu machen, dann das nächste durchzuspielen, Video dazu zu machen und so weiter. Das wäre krass, so. Ping. Okay, süß. Okay, süß. Cool, so, dann können wir gleich den Dude hier machen. Okay, Mr. Eule, wo... Ach, du fliegst da rein, das dachte ich mir schon. Das sieht immer so schön aus hier drin, mit den ganzen Kristallen, die hier aus dem Boden wachsen. Nee, nee, nee. Klaue! Klaue! Upon analyzing the data from the Lifespring, I was able to locate a new transmuter chip. The chip can be found in a village abandoned due to desertification. This erosion will spread if left unchecked. And eventually, the entire village will be swallowed by the sands. Do try to collect the chip before that happens. Kling! Okay, so. So viel zu tun und keine Ahnung, wo ich das alles finden soll. Hm. Genauso wie das hier. Wie soll ich noch da oben kommen? Das sieht aus, als ob ich... Ich hier auf jeden Fall hoch muss. Aber wie... Wie ist es Kapitel 9? 8? Gute Frage, wo bin ich eigentlich? Ich glaube, es ist Kapitel 9. Ich glaube, es ist Kapitel 9. Okay, ich muss da irgendwie hoch. eigentlich wäre ich auf dem Weg ins nächste Gebiet. Aber... ich muss erst... wichtigere Dinge erledigen. Zum Beispiel ist da vorne noch so ein... so ein... so ein Ding hier. Wie... Wie... Das ganze schöne Ding zerstören. Wir haben die Hälfte. Okay. Hier ist auch gar nicht mehr so viel. Guck mal, es ist nur noch so der Kampf hier. Das Teil ist das größte Problem, ehrlich gesagt. Und wie ich da hinten hinkomme. Okay, gut. After you, call him away. Big fast. So, was ist du hier nochmal? Energiehaken. Jetzt. Ach, er ist tot. Okay. Jetzt aber. Okay. Suck on this. Bear, bring it. You're like how'd you like that? Oh. Suck on this. He's boring it all. You're done. Let's keep it up. Whack. Crazy wie der Dude hat einfach ständig irgendwo auftaucht Kann ich hier lang? Weil umständlich wie ich hier lang fahren muss Oh sick, okay wir müssen hier rein Oder? Weiß ich nicht Shit, hier waren wir doch nicht richtig Ah According to legends passed down in Corel Sehr gut programmiert Okay, keine Ahnung Ich glaube da muss ich irgendwie Hoch Okay, ich kann jetzt hier einfach dran vorbeifahren Haben das gefunden, was ganz cool ist Ah, ich glaube ich muss da rüber, ne? Genau Ah Hey, da ist das dritte Kaktor-Dingsbums. Das ist schon mal cool, dass wir das jetzt beides gefunden haben. Aber ich brauche immer noch den Umgebungssender, der da vorne ist. Ah cool, es hat sich sogar gelohnt, dass ich hier so voll Karache runtergesprungen bin. Hier sollten wir sogar sein. Alles ist gut. Ey, jedes Mal wieder. Okay, ein cooler Konter, der nicht funktioniert. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Need a breather. About tail time. Okay, das ist gut. 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 So. So. Mehr als Teil eins. Auf jeden Fall. Okay, das ist gut. Okay. 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 Äh, hier. Hä, wo kommt das denn plötzlich her? Das war eben aber noch nicht da. Oder vielleicht doch? Sehr mysteriös. Ich glaube, ich muss hier halt echt super viel mehr mit diesem ganzen Konterkram arbeiten und mit, äh, keine Ahnung, mit diesen ganzen Kombinierfähigkeiten und bla und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Schlüssel des Rätsels, warum ich so schlecht spiele. Aber ich finde, das ist leider super bla einfach nur ins Spiel eingebracht. Also, ich finde, das fühlt sich nicht natürlich an. Es hat so mega taggt on, wir brauchen irgendein neues Feature-Feeling. Hier ist noch irgendwo einer, oder? Genau. Ja, oh. Stay down, asshole. Ja! Ah! Huh! Huh! You're going, an asshole! Suck on this! Want some more? Huh! 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 Oh, das sind die beschissensten Gegner, Junge! Fuck it! Kümmer du dich da drum! Let's have some fun! Suck it! Are you in trouble now? Want some more? Oh mein Gott, Junge! Töte ihn doch einfach! Ah! Das ist einfach der most ass-atzen Gegner ever! Was ist das für ein scheiß Kampf, man! Fuck me, Junge! Das ist ja furchtbar! Das war wasted! Äh, wo muss ich nochmal lang? Okay, hier! Ich vermisse einfach diese eine Materia, die es gemacht hat, dass du mit einem Zauber alle Gegner angreifen konntest. Dass sie das jetzt als, äh, Angriffsfähigkeit umfunktioniert haben und damit einfach super Shit gemacht haben, finde ich halt total ätzend. Hated! Ich hab' sie bisher nicht gefunden! Ich hab' sie bisher nicht gefunden! Also, wo auch immer sie ist... Sie ist weit entfernt von mir! Ist das hier nicht der Kampf? Hä, ich bin dran vorbeigelaufen? Und oscillalten pervergleich! Was gibt's denn Shit noch? Krass! Ich hab' nichts gesagt! Bestes Spiel der Welt! Sorry, Aerith! Let's fucking go. Keine Ahnung, was ich da gerade weggepackt habe. Aber das hat sich gelohnt. Hä, wie komme ich denn da hoch? Ach, ich muss wahrscheinlich von hier da dann hin, ne? Okay, cool. Okay. 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 Die sind blöde Scheißvieh, Alter. Ich bin doch ausgewichen. Okay. 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 Äh, wie ging es doch hier weiter, ne? Lass mal schauen, was hier oben ist. Ach, geht es hier doch zu dem Kampf? Okay, ich habe nichts gesagt. Alles cool. In Monster Hunter gibt es irgendein Monster. Ich habe vergessen, welches es war. Ähm, das hat einen Angriff. Und das äußert sich darin, dass es einfach nur hin und her läuft. Und das sieht halt nicht wie ein Angriff aus. Das sieht halt einfach aus wie eine normale Laufanimation. Und mich hat das halt entsprechend immer getroffen. Weil ich mir so dachte, hä, ist das jetzt ein Angriff oder läuft es halt einfach nur rum? Weil wenn sie einfach nur rumlaufen, dann können sie dich nicht angreifen. So, dann machen die keinen Schaden. Aber der Dude, der hat halt so einen Angriff, wo er normal laufend halt hin und her läuft. Und wenn er das macht, wirft er dich um. Und circa diese Energy haben diese scheiß Würmer so. Wo sie halt einfach sich irgendwie bewegen. Und du musst halt raten, ist das jetzt ein Angriff oder bewegen die sich halt einfach nur normal? Okay, los geht's. Bein. Nice. Sie hat, dass sie immer nur noch scheiß Feuer hat, ey. Das ist so Wahnsinn. Was ist das? Taktular! You okay? Come on! Busy? Cool. That'll do. Crushed it. Sorry, can you handle them? Let's switch it up. All set. Yeah! Go for it. Meine Fresse. Fuck doch jemanden anders ab, Alter. Hab ich jetzt das Ding eigentlich gemacht? Keine Ahnung. Mehr. Okay. Hard to end this. Give up hell, okay? Sure, however I can help. History is all the guarantee. That's bad. Get ready. That'll do. We're burning up. Tough. Come on. Bring it. One more shot. Come on. Es ist halt immer so ultra ätzend Wenn halt Die ganzen Dudes staggern so Wenn du halt nicht zum Angriff kommst Weil erst greift dich der eine an, dann der andere Dann wieder der eine, dann wieder der andere Und du kommst dann aus diesem Loop nicht raus Naja, es macht halt vom Gameplay halt Keinen Spaß, wenn du in so einer Geschichte drin steckst und da nicht rauskommst Das hat, haben wir jetzt Da geht die Realität leider mal So einen Schritt zurück Ja, Lötkolben, Mötkolben Was willst du machen? Ja Bin ich hier jetzt richtig? Ich glaube schon Ach, ich komme nicht runter Warum kann er da jetzt nicht rüberspringen? Weißt du, er kann 15 Etagen hochhüpfen Wenn die Brücke unter ihm kaputt geht Aber den kleinen Sprung Das ist zu viel Oh, jetzt klettert er noch runter, Mann Ja, wir können sie jetzt wieder beleben Und heilen Und machen und tun Ta-da! Ta-da! Die Brücke hat dann Die Brücke hat dann Ey, die Viecher sehen so scary aus. Ich finde die nicht niedlich, Mann. Nachdem ich mich reiflich überlegt habe, ob ich die süß finde oder nicht. Ich glaube, ich finde sie echt an Kenny so. Arsch, ich muss dich da reinkriegen. Na bitte. Was für ein fucking Kriegsfeld das hier einfach ist, Mann. Oh, er war fast drin. Ja, die kannst du in die Tornados leiten. Und dann kannst du sie halten. Aber das Spiel ist so scheiße, dass das einfach unmöglich ist, Mann. Fuck me. Hier. Okay. Okay. Beautiful. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ja. Was? Was? Ich bin ja. dritte. Was? Was ist das? Vor allem ist hier auch der Witz, die greifen dich einfach trotzdem weiter an, während sie da in diesem Haus sitzen. Das ist halt so fucking lächerlich, man. Come on, was ist das für ein Quatsch, Junge? Oh, was ist das für ein Quatsch? 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 Yikes, Junge. Oh, was ist das? Ja, irgendwas ist mit dem Mund und den Augen. Das ist halt, das ist nicht okay so. Keine Ahnung, da ist irgendwas ganz verkehrt dran. Das ist... Ich glaube echt, das ist der Mund, ne? Aber nee, der Mund und die Augen sind das. Die geben mir so ein bisschen... Dingens. Wie heißt das? Weiß ich nicht. Oh, wie heißt denn der Dude nochmal? Squidward. Auf Deutsch. Von Spongebob. Das gibt mir das Ding irgendwie. Der hat keine schwarzen Augen. Der hat so braune Augen. Und ich glaube, das ist das, was so scary aussieht irgendwie. Will ich das haben? Ich glaube schon. Das sieht sinnvoll aus. Das hier auf jeden Fall. Was soll's. Tadeus, genau. Ja, die geben mir so Tadeus-Vibes irgendwie. Mit der fetten Nase und diesen toten Augen. Weiß ich nicht. I'm not sure, Junge. Hier ist irgendwas ganz verkehrt. Und ich weiß nicht, ob das zu fixen ist. Wie komme ich nach hier? Gute Nacht, Yukine. Hm. Okay, Mr. Bird. Zeige mir den Weg. Ah, kann ich einfach hoch? Oh, das ist... Das macht's natürlich einfacher. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem an dieser Welt. Du weißt halt einfach nicht, wo kannst du jetzt... Mit dieser... Keine Ahnung... Klettertechnik hochklettern und wo nicht... Weil manche Wände gehen und manche gehen halt einfach nicht. Und ich gehe einfach davon aus, dass es nirgendwo geht. Ja, da fehlt halt einfach das einheitliche Design. So, mal kann ich so eine 15 Meter Wand runterhüpfen und mal geht es halt nicht. Mal kann ich so ein Ding hochklettern. Mal kann ich's nicht. So, das ist halt... Das kannst du jetzt alles gelb anstreichen. Aber das sieht halt auch scheiße aus. Und du kannst halt einfach alle Wände kletterbar machen. Wie in Zelda. Und dann ist gut. Okay, danach habe ich ehrlich gesagt die ganze Zeit gesucht. Wie komme ich da schnell hin? Gar nicht. Okay, bevor ich den Tomberry King bekämpfe, mache ich glaube ich erst das Teil hier. Und dann hole ich mir Alexander und dann bin ich komplett ausgerüstet. Ich hab Stehlen. Glaube ich. Okay, Mr. Licht. Wo soll ich lagen? Okay. You know, Cloud, just between you and me, I really, really like Alexander. I mean, who wouldn't? A giant robot. I sometimes contemplate doing something wicked in the hopes I might get to see him up close. Suffice it to say, I await your next exciting discovery of baited breath. Ich bin ein bisschen Fan von dem Schwingen, auch wenn es sehr clunky ist. Ich bin ein bisschen Fan von dem Schwingen, auch wenn es sehr glücklich ist. Ha! Tada! Ah shit, ich brauch noch einen. Das war perfekt. Dankeschön zu deinem hartes Arbeit, habe ich eine wertvolle Divine-Intel erzielt. Ich steh auf die Musik hier. Die ist doch aus Ever Crisis, oder? Das ist doch die scheiß Musik, die gespielt wird, wenn du, ähm, irgendeinen Pull machst. Hundertprozentig so. Die kommt mir so bekannt vor. Das kann nur die sein. Kann ich damit unter die Erde? Nein, schade. Wie komme ich da hoch? Ah, das ist sowas, oder? Dass ich da irgendwie hoch muss. Oh, sie gatekeepen mich einfach. Ja, die, die Buggy keepen mich einfach. Okay, ich kann das noch schneller, indem ich einfach direkt die, äh, Dings-Taste drücke. Aber das Aussteigen kann ich leider nicht skippen. So, wo ist hier... Der Dude? Ah, ich glaube, ich habe ihn schon kaputt gemacht. Und dann hat mir das irgendwie angezeigt, dass das irgendwo lang geflogen ist. Und keiner weiß wo. Kann ich auch da lang? Ah, sehr gut. Ist das nicht auch so ein Special Kampf noch? Nein, ist er nicht. Okay. 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 Sehr schön. Okay. Well done. Das concludes our thrilling analysis of the Corel Summon Crystals. I can't tell you how grateful I am for everything you've helped me learn about Alexander. Thank you. Ah, though you have yet to obtain the requisite materia, as I recall, you'll first need to confront the Divine via the combat simulator. Okay, ich weiß da noch nicht, wo er rumsteht. Ah doch, er steht hier rum. Kann ich da direkt zu ihm hin? Nein, aber ich kann hier hin. Was auch praktisch ist. Konnte man Odin nicht in Remake kriegen? Oh, hey, es gibt neue Sachen, die ich machen könnte. Uh, FP-Boost? Das ist praktisch. Okay, okay, schauen wir mal. Oh, okay. Sehr gut. What? What? Ah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme das hier. Oder auch nicht. Ich nehme das hier. Ich nehme das hier. Oh, warte, können wir nicht, äh, hier. Sick, okay. Und ich habe keinen Blitz, verdammt. Aber ich habe auch keinen Blitz hier. Okay, dann, let's go. Ready or not, here I come. Äh, Phoenix klingt eigentlich ganz gut. Are you willing to step up for us? Go on! Oh, God. Ah, Junge. Ich stehe zu weit weg? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich kann nichts machen. Hast du nicht Chakra oder so? Chakra, dich mal selber. Hast du das nicht auch? Brüsteysin altri. Oh, wow. Gebe! Oh, ich ultiere das. Ich bin nicht嘿 es Lead und clown. Oh, das hat. Nein. Sehr passend. Jetzt aber hier. Wir überleben das. Sag ich doch. Er ist jetzt tot. Komm schon, geh auf den anderen Arm, du Bitch. Cloud, what the fuck is going on so? Alles, was du machen musst. Ich finde es aufregend, dass ich gebeten habe. Nicht mehr ausgerüstet habe. Oh, was soll's. Oh mein Gott, Mädchen. Ist das dein fucking Ernst, ey? Ja. Er ist doch noch nicht tot. Ups. Could you see? You who? Cloud. Got it. Don't give up now, you guys. Someone looks kinda shaky. Ten out of ten. Okay. Nein! Ah! Nein! Ah! This might be it. Just taking a little bit. Oh Gott, das wird echt ein knapper Win. Das überleben wir jetzt nicht. Fuck! Shit! Komm schon Oh mein Gott Ah Damn, Junge Uiuiui Fuck me, Junge Das war ja übelst crazy Uuuu Aber es hat geklappt Ah Ja Bye Sorry, Dude Aber Lass mal nicht machen so Lass diese Diskussion einfach nicht führen Wo ist er denn? Hier Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall gut ausgerüstet Tausend Menüs Ah, wir haben ja auch noch den ganzen Kram hier Das habe ich ja ganz vergessen Oh Fuck Ja, RIP Was soll's Ähm Kann ich hier quick travel? Nein Äh Aber hier kann ich quick travel Dann können wir den Kampf kurz machen Also Story könnte noch kommen Wenn die Leute So um 2 Uhr morgens noch da sind Ah, okay Wir sind voll geheilt Ich glaube, Aerof hat kein Gebet mehr Weil ich das aus Versehen Ausgerüstet habe Äh, weggerüstet Das war, glaube ich, das Was ich weggepackt habe Hier, siehst du? Das ist nämlich nicht mehr da gewesen So, okay Sick, sick Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? FP Boost Das ist nämlich so ein Ding Was tatsächlich auch nochmal relativ praktisch wäre Um halt gebeten Wir sind zu leveln Aber das ist okay Stand jetzt Ist fein Don't overdo it I got it, Creature Holden zu übernehmen So better to tell more Prey Such ever-macht-mary adaptation Versen Part for the courses Arid biome Analysis of this variable I'm coming I'm coming Your insistence Much appreciated Finish him off Current gathering Combat data on target Two deaths Okay Shadow Ich bin Okay, soweit so gut. Dann ist es ja praktisch, wenn wir hier irgendwo einen Wartpunkt hätten einfach. Das hat gar nichts. Nichts, außer das Ding hier. Das ist ja praktisch. Hä, komme ich jetzt hier nicht rein, sondern ich muss da so weird drumherum laufen? Ach, Spieh! Ach, Spieh! Okay. 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 Ah nein! Oh, Junge! Du kannst dem auch nicht ausweichen, Junge. Das ist doch Bullshit, Mann. Fein, dann halt nicht. Nee. Das ist auch nicht. Okay. Can you take over, Puri? Take it over. The corresponding increase in land-world-related deaths. Take Puri. I got it. As these travelers, we must understand we're making this very interesting. Nice move. Here he comes. I know you can do this. Here goes. Get him. This one's for you. Together. You can do it. I got it. Come on. Keep it up. Uh. That's it. Na bitte. Cloud, I've analysed the data from your latest bout and created your performance. You've earned a 10 out of 10. Cloud, apologies. Mai is speaking out of turn. Pay her no mind. You get a 3 out of 10. I what? Those sound like questionable metrics. Never mind. We'll discuss this later. Cloud, I've come up with a new combat trial for you. Why not give it a go? Okay. Das heißt, ich muss jetzt nach... Nicht nach hier, sondern nach hier. Und dann einfach nur hier lang. Und das sieht richtig aus. Ich fände es übrigens wahnsinnig funny, wenn sie hier irgendwie so Treibsand hätten. Und dann hier ist so einfach so random unter und das wäre so unendlich nervig. Aber ich finde es witzig. Ach ja, stehlen. Stehlen, 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 stehlen. Ich klau ihr das einfach mal. Ich kriege. So, dann. Alles cool. Sind wir geheilt einigermaßen? Nein. Okay, auf geht's. Holy shit, okay, fuck me. I'll show you what I can do. Wow, what a fight! This one's for you! Don't worry. One more shot! And catch! Why don't you lead the way? Okay, let's go! You'll feel better in a second. Good luck! Can you take over for me? I need to heal up. Bring it! Okay, warte. Analyse... Der ist gegen nichts resistent. Er auch nicht. Füge dem König eine bestimmte Menge Schaden zu, während seine Angriffe das Ziel verfehlen, um ihn schockanfällig zu machen. Wenn er in diesem Zustand seine Krone verliert, kannst du sie stehlen. Er benutzt einen Spezialangriff, der es unmöglich macht, wiederbelebt zu werden. Oh mein Gott, was? So that's the way it's gonna be, huh? That'll do! Get ready! Okay, up and at him. Too much? Ah, okay, okay, warte. Ähm... Stehlen. Rechtige Krone. Yes! We're pushing it. I'm coming! Here it comes. We'll make it quick. Cloud! On it! Here it comes! You okay? Making the dream work, am I right? Yeah, das ist schon ganz cool. Das ist so ein Funny, dass das geht. Okay, kids. Come on. Take it over. Uh! Uh! thy thy ninthvida Uh! 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 Ach, ich will mal sehen, wie das hier aussieht. Yo, voll cool. Voll cool, voll cool. Das war ein cooler Kampf. Da musst du tatsächlich mal aufpassen. Also so richtig. Gab es eigentlich schon mal einen Tonberry in dem Spiel hier oder kommen die erst noch? Ich meine, Chance besteht, dass ich ja auch konstant an den Viechern vorbeigelaufen bin. Das ist halt möglich so. Okay, geben wir es gerade mal Johnny. Mr. John, John. Diese Quest wartet auch schon seit Jahren darauf, beendet zu werden. Für uns? Danke, bro. Auf behalf of all Johnnies. So, where's the crown? Woaah! Get a load of the shine on that baby! It is Positively Legendary! And we went through Positively Legendary Trouble to get it for you. Don't worry. The fruits of your labor are gonna be on full display. Man, I can't wait to see the look on my face when I see this. I'm gonna take this baby back to the hotel. Be sure to swing by when you have the chance. I'm sure one of you will have something real nice waiting for you. Okay, dann auf zum Hotel. Warte, kann ich nicht... Pass-traveln innerhalb des Dorfes hier. Okay, Mr. Johnny. Got a good stream. Good news, bro. All of me made it back in one piece. And it sounds like I really put you through the ringer. Sorry about that. No biggie. So, what now? Want me to poof him? What? No, not yet. We're in the middle of renovating, and I'm gonna need all my hands on deck to finish. At the end of the day, I want to be able to say I remodeled this place all by myself. Right, Johnnies? Yeah, bro. Yeah, bro. So, yeah, me and Mies are set on seeing this through the end. But once we're finished, it's gonna be the finest hotel in the whole world. Just you wait. Welcome to Johnny Seaside and Remake! Oh my God! Oh my God! Das sind die Dinger aus... 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 aus dem DLC. What do you think, bro? I'm impressed. Without you guys, none of this would have been possible. You're absolutely right. You couldn't have done any of this without my incredible ninjutsu. Couldn't have done it without the J-Squad either. I don't go getting all sentimental. We were just doing what you would have done. You said it. We all want what's best for this place. It's our home. And none of us would be standing here today if it weren't for you, Johnny Prime. Truly, you are the realest bro, bro. Well, I'm just happy to know that whatever trials await, we'll face them together. Uh, yeah, about that. Now that all the renovations are complete, I think it's time that we peace out. What? Don't worry. You've got this, Johnny. Johnny? You don't need us anymore, Johnny. You've got you. Johnny! Johnny, out! Johnny's! You know, I couldn't stand listening to them bicker. And now, I already miss the sound of our melodious voice. I lost a part of myself today. You're gonna let that stop you? Huh? You've got a hotel to run. That's true. I remodeled this place with my own 14 hands. I owe it to me and myself to see that our hard work doesn't go to waste. Oh, yeah! I'm gonna be seven Johnnies in one! I think one of you is more than enough. Oh, that means a lot coming from you, bro. Oh, almost forgot! I set up a little space to show off your collection. I'd love to showcase any rare or interesting artifacts you happen to come across. And rest assured, you'll be handsomely rewarded for them. I've got my heart set on becoming the best in the business. So look out, Hotelindustrie! We'll attract guests from far and wide with luxurious lodgings and unbeatable hospitality. But you'll always have a room with your name on it, my bro. Because when you're here, you're Johnny. Haha! Ich bin im Minispiele oder erfülle verschiedene Aufgaben, um Exponate in die Ausstellung Johnnies Strandhotel zu erhalten. Oh, no! Oh, God! Das wird mich das ganze Spiel immer durchverfolgen, oder? Ich habe erst 16 von 88. Waaaaat? Waaaaat? Oh, ich habe zumindest die geschafft. Ach du Scheiße! Oh no! Oh no! Oh no! I'm dead, Junge! Das ist... Das ist... Das ist zu krass. Aber das ist cool Ah, da fehlt ein Stab Was? Warum fehlt da einer? Habe ich in den Remake nicht alle aufgesammelt? Ja, sie haben sogar hier alle Schwerter drin Ich gefunden habe Verrückt Aber ich habe doch alle Ich habe doch alle Waffen von Aral Die sind Remake abhängig, oder? Dass du einen Spielstand von Remake hast, dass die hier ausgestellt sind Das sind ja Tiefers Waffen hier Mit diesen coolen Handschuhen Richtig strange Richtig wack Oh, ich muss Fort Condor durchspielen Oh nein Oh, ich muss das Knallforsch-Forschding durchspielen Oh nein Aber das habe ich doch geschafft Oh no, nicht der Brawler I'm dead, Junge Das werde ich nicht machen Das werde ich nicht machen, Junge Das werde ich absolut nicht machen Könnt ihr abhaken Fuck me so Oh no, 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 no Aber was muss ich denn hier bei Desert Rush nochmal machen? Ich habe da doch auch den Das Dings geschafft Das nimmt mir so ein bisschen den Wind aus den Segeln, wenn ich ehrlich sein soll Oh no, 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 no I don't know much about art or whatever, but this is really nice I heard they got some unusual pieces here Uuuff Uuff, auf jeden Fall Wenn wir schon mal hier sind Können wir gerade nochmal graben Nun sind wir nochmals auf jeden Fall Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich dem geben könnte. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ich bin bei 43,5 Stunden und mache hier noch die ganzen Sidequests im Goldsauce. Daher sind wir gut dabei. Ich sage Barriere ist noch voll gut. Kriegst du noch einen TP-Boost, falls ich einen habe. Hier. Äh, warte, jetzt fix nach hier, damit wir kurz zum anderen Kampf laufen können, den noch machen. Und dann können wir die ganzen Kaktor-Dinger machen und dann sind wir fertig. Äh. Und das Praktische hieran ist, jetzt weiß ich, dass hier eine Bank ist, um mich kostenlos zu heilen. Ja. 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 Gute Nacht, Freaky. Nicht schlecht, aber nicht mein Best. Okay, guys, gloves up. Gute Nacht, Freaky. Gute Nacht, Freaky. Gute Nacht, Freaky. Gute Nacht, Freaky. das ist feines mache ich auf screen alle heißt hier amplifikation und kate sith hat eine aber ich weiß nicht wo es mehr gibt ich meine die konnte man in remake hat relativ easy kriegen und deswegen hast du halt super viele kämpfe einfach super easy gewonnen weil du einfach nur einmal so folge zaubern musstest und alles ist explodiert aber ich weiß nicht wie man hier in die kommt ja er hat die bereits aber mit angriffszaubern weil die kann gebet und gebet ist halt quasi vita in alle so das hätten wir dann macht es jetzt voll sinn wie komme ich hier am besten rüber ich muss immer noch irgendwo irgend so ein ding hin damit du quick travelen kannst weil das ist voll ätzend Junge ich glaube das ist okay ich glaube das ist ich glaube das ist ich glaube das ist Let me handle this. Bingo! Good to go. I shouldn't have gone any better. I'm coming. You'll see. Here. Come on. Get him. You've got this. Watch out for my win. You're up. Got him. Schade, oder? Keine Ahnung. Du kriegst halt von allem immer nur so 2 FP. Und das bringt halt so gar nichts. Du musst halt so 500 Kämpfe machen, um dann ein so ein Ding hochzukriegen. Das ist halt übelst viel. Oder halt 500 Gegner besiegen eher. So, wo muss ich hin? Nach dort. Dann. igo. Wait, what's wrong? Loined? So what? Let's go, we'll have it here, though. I never know them even unless they're not ready. So, that's OK. Ich finde, die Kakteen solltest du ohne Probleme umfahren dürfen. Hm. Das hier ist auf jeden Fall ein richtig blöder Ort für so ein Ding, Junge. Aber fein. Was soll's. Irgendwer hat entschieden, dass das total viel Sinn macht. Also beschwere ich mich darüber nicht. Wie sieht es denn helfmäßig aus? Eigentlich okay. Ah, ich muss zu dem Ding hier, ne? Okay, macht Sinn. Aber da komme ich nicht hoch. Aber da komme ich hoch. Aber wie komme ich da hoch? Frage aller Fragen. Ah, da komme ich hoch. Ja. Ja. Was ist das? Ah! Okay, gegen die muss ich auf jeden Fall öfter kämpfen. Die bringen richtig viel. Ja, ich bin... ...dass ich mich nicht... Warum? Ich bin... Wird von dir, nicht zu schützen. Ja, hebe die Sprache von Erfahrung. Was habe ich gemacht, um das zu vermitteln? Lass uns zurück zum Reaktor gehen. Wo muss ich lagen? In die Richtung auf jeden Fall. Ja, bei sowas wäre es halt praktisch, wenn Chatley halt diese Dudes als Kampfsimulations-Blah hätte. Aber dann könntest du die halt da bekämpfen und den Kampf immer wieder machen. Und ich glaube, du würdest jedes Mal wieder die EXP und FP bekommen. Ich hoffe es. Das wäre sehr cool auf jeden Fall. Der klingt einfach wie Sonic, Alter. Ja. Was? Okay. Schauen wir mal. Okay. Die Handwerks-Bucke. Die Handwerks-Bucke. Das ist gut. Okay... Das ist gut. Hä, ich check nicht, was ich machen soll, Junge. Okay, go on. One more shot. This one's for you. One more shot! Go on! Every little bit helps. Come on, I dare you. This one's for you! One more shot! Ja, aber die haben jetzt weder Helligkeits- noch Dunkelheits-Dingys, so. Die machen einfach gar nichts. Die chillen halt einfach nur. Ach, okay. Bei denen dann einfach aus den Dingern rausgehen. Ah, oh. Ich glaube, das ist cool. Aber ich glaube, das muss ich ein paar Mal spielen, bis ich das raus habe. Und ich glaube, so viel Zeit möchte ich dafür gerade nicht aufbringen. Ist auch das. Dieser ganze Challenge-Kram, den packe ich einfach ins Offline-Grinding, Alter. Das möchte ich nicht im Stream machen. Da-da! We done now? Hmph. Hmph. Not even close. You've still got two more pieces to collect. And they won't come easy. Ah, but I could use a bit of time to shore up the next trial, seeing as you kinda breezed through the first two. How's about we put things on pause? Here, give me your contact info. That way, I can hit you up when the trial's good and ready. What? Cloud, I think it would be wise to oblige his request. Hm. Perfect. You'll be hearing from me soon. Peace. Our hunt is on hiatus. For the time being, I'm afraid our only viable course of action is to await further instructions. Okay. Ruft er mich jetzt direkt an? Oder? Er lässt mich echt hängen? Wow. Da muss ich jetzt, äh, in die Nähe... ...in die Nähe von dem Dude hier. Ich meine, da kann ich mal ganz kurz hinlaufen und mal gucken, was da passiert. Hier ist einfach nichts. Ich dreh durch. Ja, Performance Mode sieht ganz furchtbar aus. Und sie haben gesagt, dass ein Patch kommt. Ob einer kommt? Schauen wir mal. Okay, cool. Dann weiß ich nicht, wie ich das jetzt weitermachen soll. Anscheinend muss ich wahrscheinlich erst die Story weiterspielen oder so. Aber gut, dann haben wir das ja so weit geschafft. Würde ich sagen, morgen gehen wir noch fix die paar Sidequests hier an. Und dann machen wir uns auf nach Corell. Nach Gongaga. Und schauen wir mal, was da so geht. Ach, hier haben wir auch noch was, ne? So viele Sidequests, die wir noch machen müssen. Aber die machen wir morgen. Ich bin leider müde und kaputt. Ich bin leider mir auch, was da so gut ist. Von Bei mir weiß ich, wie es da so geht. Sie haben ja albo mein PREP, leve ich ungefähr für den Kriegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017